Hier waren wir doch schon. Hier waren wir doch schon. Hier war ich doch schon. Da! Hier, da, runtergefallen. Dieser irre Priester da unten. Jaja, ich kann mich erinnern. Ey, dann sind wir doch kurz beim Anfang. Dann sind wir doch kurz beim... Oh. Ich will hier raus. So, was ist jetzt der Realien? Ne, ach Kapellen. Was, 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 was? Ach, da bist du. Okay, da muss der Schlüssel hin. Ja, selbstverständlich ist diese Scheiße zu. Auftrittsraum. Auftrittsraum. Fernseher. Siehst du gar nichts. Hallo. Schön, dass du da bist. Unterhalte dich gerne mit dem Chat. Wie geht's uns denn? So, so, so. So, auch nicht. Da lang? Auch nicht. Scheiße. Verdammte Kacke. Wo muss ich denn hier lang? Er hat doch Fernseher gesagt. Jetzt sehen wir doch keine Mist hier. No, ha, 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 ha. Hier. Hier ist wer. Oh, das ist mal. Das ist gemein. Die Futter in dem Chat. Eis. Wie mies ist das denn? Ich will auch. Ich muss erst mal aus der Anstalt hier raus. Können wir mal runter, oder was? Ich will mal warm auf mich. Ja, ha, ha, ha. So. Na, schön für euch. Freut mich ja. Ein Keks. Toll. Macht's euch gemütlich. Hat doch gesagt, Fernseher. Will er mich verarschen? Hey. Hallo. Ey. So, nee. Nee, 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 nee. So, nochmal, 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 nochmal. So, Bitche. Ich muss hier lang. So, gehen wir mal hier. Geht nicht. Das heißt, ich muss zwingend hier lang. So. Und dann. Gucken wir mal hier rein. Ist hier was? Nein, natürlich nicht. Ich gehe hier die Scheiße nochmal hoch. Ich werde wahnsinnig. Hä? Schlüssel? Hallo. Ich danke dir hoch. Wo geht's hier weiter? Ach hier. Ah. Easy. Easy. Hä, hä, hä. Danke, 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 danke. Danke. Werde ich haben. So. 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 Hm. Steh da drin. Oder nicht? Uh. Na, du hübscher. So. Ich glaub doch nicht. Hallo. So. Hallo, liebe Leute. Nss. Dann lenkt man mich hier nicht alle ab. Hier kommt bestimmt wieder so ein beschissener Jumpscare hier. Alle lenken mich hier ab. Die wollen, dass ich hier abspacke. Herrgott, ist das hier ein Kino? Das war der Netz. Oh Gott. Das hatten wir auch schon. Ah ja. Hier hat er gleich gespürt. Oh. Ja, hallo, hallo, hallo. Oh. Exit Interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Hab ich gewusst? Hm. Clearance Sierra Alpha Subject, Dr. Rudolf Wernicke, 1486. Jetzt bin ich gespannt. Ah, schöner Blockbuster, ne? Ich habe meine Theorien. Ein Mensch in dieser Umgebung ist von unglaublichem Dingen zu tun. Sie sagen, das Experiment brauchte... Proximität zur Todesendung. Zu überwältigungsmöglichen Menschheit. Nur ein Test-Subjekt, der eine Verbrechung hat, war, war, zu aktivieren die Angelegenheit. Sie glauben, dass Ihre Test-Subjekte etwas supernatürliche erreicht haben? Nein. Sie glauben, dass sie etwas supernatürliche kontaktiert haben? Nichts ist supernatürlich. Dann, was war es? Sie sagten, Projekt Wallrider war ein Bruch. Ein Bruch zu einem. Tja. Das ist der neue Nachfolger von Badman? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, okay. Haben wir das ja auch mal geklärt? Hatte schon einen, danke. Der war superlecker. So. Aber ganz ehrlich, Leute. Ich könnte jeden Tag Döner essen. Irgendwie manchmal... Naja, so... Wenn's mir richtig scheiße geht, dann weiß man... Also, dann weiß man's erst, wenn ich keinen Döner nenne. Das ist tatsächlich so. Ich könnte ja raten, woher dieses blöde Scheißwasser ist. So, was ist denn das jetzt hier? Also, irgendwie muss ich doch jetzt hier... Schlüssel. Hä? Da? Ne? Hier? Und da? Oh Gott, diese beschissene Kamera. Ist das hier irgendwie hoch? Hä? War nicht. Du musst doch hier rein. Da. Ich suche einen scheiß Schlüssel. Nein. So, da. Genau. Ja, mach das mal. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Am 19. September, 4.19 Uhr. Nikrotisieren Facilities. Wirklich, verdammt, ich kündige. Was ist das denn für eine Notiz? So, okay. Ah ja, hier ist Putschpo. Ich gehe mal hier. Hm, danke dir. Schönen Abend noch. So, haben wir es denn jetzt. Oh, eine Batterie. Das ist gut. Batterien sind mein Kuppen. Arschloch. Arschloch. Nee, keine Werbung. Mach mal auf. Wie, machst du jetzt die Scheiße nicht auf hier? Ist das ein Bug? Will da rein? Ernsthaft? Der hätte das Ding von der... Der hätte das wirklich von der anderen Seite ja zu? Das ist doch ein Käse. Das ist doch... Alles klar. Okay. Oh Gott. Gern mal diese Irren. Da. Ich habe schon mal ein Leben lang gemacht. Das ist ein Traum. Ach, jetzt ist die Tür offen. Alles klar. Finde Vater Martin an der dritten Etage. Ei. Werde ich tun. Werde ich tun. Werde ich. Werde ich. Das heißt, das war diese schicke Tür. Wie diese aussah, als würde es zu einem Labor oder dergleichen gehen. Richtig? Richtig. Oder? Nicht sicher. Aber ich glaube schon. Komm mal. Okay. Schon wieder falsch gelaufen? Nee. Da war ich schon wieder falsch gelaufen. Dritte Etage. Nee, von da komme ich doch. Hä? Oh, wie kann man sich bloß so schnell und so offen laufen? Das ist ja echt nicht normal. So, hier lang. Oh nein. 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 Ich laufe. 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 Puh, Alter. Scheiße. Scheiße. Oh, ich sehe nichts. Hallo. Schön, dass du da bist. Oh Gott. Verzieh dich. Batterie, Batterie, Batterie. Die ganze... Oh. Oh Gott, du bist so blind. Gott. Weg, weg, weg. Oh Gott, oh Gott. Weg. Weg. Du hast ein Beil, Junge. Weg. Oh, du bist nackig. Ich will dich nicht... Nein. Nein, 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 nein. Weg. Weg. Wo ist diese Scheiß dritte Tür? Doch, hier, 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 hier. Was? Was? Nein, nein. Scheiß werde ich die aufmachen. Oh. Mach auf. Herr Gott, noch eins. Ey, diese Bekloppt, die machen überall immer nur die Tür auf und dann machen sie wieder zu. Ja. Und bei mir sind sie immer zu. So, ich würde sagen, gefühlt die 20. Küche. Batterie. Batterie. Ist geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Martin? 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 Martin?